Familie Schröder Episode 2 Valentinstag Was gibt es heute zum Abendessen? Zur Vorspeise gibt es Salat. Zur Vorspeise gibt es Salat. Ich mag keinen Salat. Ich mag keinen Salat. Ein bisschen musst du essen. Salat ist gesund. Ein bisschen musst du essen. Salat ist gesund. Ich geht. Ich geht. Zum Hauptgang habe ich eine Pizza gebacken. Ich hasse kochen. Ich hasse kochen. Oh nein, die Pizza ist verbrannt. Oh nein, die Pizza ist verbrannt. Ah, ich rufe den Pizza-Kurier an. Ich rufe den Pizza-Kurier an. Guten Abend. Hier ist Pizza Pizza. Pedro am Apparat. Ja, guten Abend. Hier ist Schröder. Ich möchte gerne eine Pizza bestellen. Hallo, Frau Schröder. Ist Ihnen wieder einmal eine Pizza verbrannt? Hallo, Frau Schröder. Ist Ihnen wieder einmal eine Pizza verbrannt? Ja, kochen ist nicht meine Stärke. Ja, kochen ist nicht meine Stärke. Welche Pizza darf es denn heute sein? Welche Pizza darf es denn heute sein? Ich hätte gerne eine Pizza Margherita und eine Familienpizza Hawaii. Ich hätte gerne eine Pizza Margherita und eine Familienpizza Hawaii. Gerne. Darf es sonst noch etwas sein? Gerne. Darf es sonst noch etwas sein? Nein, danke. Das ist alles. Nein, danke. Das ist alles. Okay. Wie ist Ihre Adresse? Wir wohnen an der Hauptstrasse 27 in Nebenstadt. Wir wohnen an der Hauptstrasse 27 in Nebenstadt. Wir liefern Ihnen die Bestellung in etwa 30 Minuten. Super! Sie sind meine Rettung! Super! Sie sind meine Rettung! Danke schön und auf Wiederhören! Danke schön und auf Wiederhören! Und als süße Nachspeise gibt es Apfelkuchen. Lecker! Guten Appetit! Guten Appetit! Guten Appetit! Guten Appetit! Ich habe den Salat hoffentlich gut versteckt. Eure Mutter und ich haben uns verabredet und ihr seid dann alleine zu Hause. Sturmfrei! 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 Drei! 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 Vier! Fünf! Se! Alte! Hex! Sieben! Acht! Drei! Kinder, ich erzähle euch jetzt eine unglaubliche Geschichte. Sie handelt davon, wie ich eure Mutter kennengelernt habe. Sie handelt davon, wie ich eure Mutter kennengelernt habe. Sollen wir für etwas bestraft werden? Sollen wir für etwas bestraft werden? Nein. Nein. Ist es eine lange Geschichte? Ist es eine lange Geschichte? Ja, vor 25 Jahren habe ich ein ganz anderes Leben geführt. Ja, vor 25 Jahren habe ich ein ganz anderes Leben geführt. Auuu! Ich habe Zahnschmerzen. Ich habe Zahnschmerzen. Ich muss einen Termin beim Zahnarzt vereinbaren. Ich muss einen Termin beim Zahnarzt vereinbaren. Zahnarztpraxis am Hauptplatz Müller. Zahnarztpraxis am Hauptplatz Müller. Schöng ist auch ein 1. 對 Das ist R tandzscheivan von Schröder. Gurken Und es ist R минутgedrückt am Hauptplatz Müller. Dieser Sperr subtitles Thinking Schöngen Früher Ich habe starke Zahnschmerzen und brauche dringend einen Termin. Sie hören Okay, morgen um 8.30 Uhr ist noch ein Termin frei. Geht Ihnen das? Okay, morgen um 8.30 Uhr ist noch ein Termin frei. Geht Ihnen das? Meine Schmerzen sind aber so groß. Haben Sie keinen Termin mehr frei für heute? Meine Schmerzen sind aber so groß. Haben Sie keinen Termin mehr frei für heute? Ich sehe gerade, dass ein Termin abgesagt wurde. Können Sie heute um 16.30 Uhr? Ich sehe gerade, dass ein Termin abgesagt wurde. Können Sie heute um 16.30 Uhr? Ich sehe gerade, dass ein Termin ist. Ja, danke und bis gleich. Ja, danke und bis gleich. Ja, danke und bis gleich. Ich muss diesen Zahn ziehen. Ich muss diesen Zahn ziehen. Das ist der faule Zahn. Das ist der faule Zahn. Danke, Sie sind meine Retterin. Danke, Sie sind meine Retterin. So verabredeten wir uns auf einen Kaffee. So verabredeten wir uns auf einen Kaffee. Und somit, Kinder, ist das die wahre Geschichte, wie ich eure Tante Robin kennengelernt habe. Und somit, Kinder, ist das die wahre Geschichte, wie ich eure Tante Robin kennengelernt habe. Tante Robin? Ich dachte, in der Geschichte geht es um Mama. Ich dachte, in der Geschichte geht es um Mama. Ganz ruhig, dazu komme ich noch. Ganz ruhig, dazu komme ich noch. Wie schon gesagt, es ist eine lange Geschichte. Wie schon gesagt, es ist eine lange Geschichte. Wie schon gesagt, es ist eine lange Geschichte. Habt ihr das Video gefallen? Dann like und abonniere den Kanal. Danke!